Es wird aber keine Freistricke mehr. Es fährt, es fährt eindeutig. Was steht denn da so drauf? Ja, weil es immer noch deutlich ist, wie die Bilder aussehen wollen. Kann man was erkennen? Das Ding heißt Sommer. Nee, nicht wirklich. Kreuzung, Bezug, irgendwas. Und da sind Strecken. Schauen wir uns. Entschuldigung, wir brauchen die Fahrer. Die Schweiz muss super. Was? Im Kessel sind sie zu beantworten. Ja, hoffentlich. Tschö. Was sind die Kreuzung? Das ist ein kleiner Kreuz. Ja, das ist ein��는ischer �stä했어. Ja, was weiß man das zu? Was weiß ich mit meinen ésten? Was weiß ich die drei, aus weiß ich die vier? Och schon, das ist der Glaube von Zulu. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.